recht herzlich willkommen zu einer neuen folge treuen und zwar mit knolle zusammen hallo so dann wollen wir loslegen ja steht so eine schicke kerze okay wie muss ich da laufen dass ich mich nicht verletzen muss springen dem europa lektor habe ich jetzt natürlich auch gerade so hat ja wieder gut geklappt ich hab's trotzdem erwischt ihr braucht es nicht wunderbar mehr keine erfahrungsflaschen liegen denn wir haben das level schon mal gespielt aber meine aufnahme hat versagt aber es kann ja passieren deswegen keine erfahrungsflaschen aber die gegner sind natürlich da also ändert sich für euch nicht viel und das flaschen sammeln ist weg das geht ja nicht runterziehen das zum wechseln bekommen legen richtig weit rechts drauf dann müssen es eigentlich klappen so jetzt müsste noch zeit sein da ein bisschen weiter links nicht ganz so weit drückst du es gerade runter so haben wir es geschafft da oben war mal eine erfahrung der hat power da oben wo die kerze ihr seht ihr da lag auch in der flasche vielleicht finden wir ja noch einer da oben rechts war keine oder oder nein die aber ein aber die habe ich schon oft gesammelt gehabt so auch falsche taste falsche taste nicht falsche rampe nein ich habe mich da irgendwie durchgepackt kaum zu glauben ja wenn man das war dahin kommen irgendwie müsste er daher hoch schaffen hat er auch gut und jetzt hier runter wir haben es schon gemacht aber man ändert sich so schwach na ja und unten lag auch noch eine erfahrungsflasche da sind zwei feuerkanonen muss ich aber glaube ich noch mal zeigen jetzt sind wir an dieser stelle wo es beim letzten mal schon so schlecht lang ging ich glaube einer muss das erzelt machen erstmal also ich komme da ganz einfach hoch ich kann ja auch für dich den zauberer nehmen muss nicht springen ich habe es diesmal schneller geschafft tatsächlich letztes mal habe ich da eine halbe stunde vorgestanden so ungefähr schon tot war noch nicht tot drauf gesprungen und dann konnte der nicht hoch oder was super ja ist doch lustig ja guck hier der unten kann jetzt noch nicht mehr hoch aber ich kann so machen ne kann ich nicht da müssen wir irgendwie sowas rein machen sondern würfel oder so und hier müsste dann großer würfel genau das ist ja nicht ein bisschen höher reingehauen ich auch man hat mich wieder erwischt so hier müssen wir runter oh jetzt bin ich in tot geschwungen da ja da da jetzt liegt es an dir oh an dir ja so schlecht war ne jetzt machen wir da durchgeschafft oh weißt du was jetzt an der Lieblingsstelle naja ich weiß ja jetzt wie es geht man nimmt sich den Zauberer und springt einfach ein paar mal hin und her und dann ist man da vorbei ja da kann man sich die Diebe nehmen und dann läuft man einfach hier weiter und dann springt man einmal richtig hoch und dann verletzt man sich sowieso einmal da kommt man schon nicht hoch dann springt man da runter und dann sind wir wieder bei der Spinn und dann dann stirbt man wieder wenn man zu unfähig ist ah so neun da kommt jetzt ein Boss so jetzt hätte ich gerne noch eine Wiederbelebung gehabt den Boss hatten wir glaube ich auch schon mal genau das war glaube ich der vorletzte Boss der kommt aber nicht näher irgendwie der ist den den tust du da einfrieren oder sowas ne nein der ist ganz scheu echt ne ich friere den nicht ein ich schieße den nochmal weiter zurück so hat er diese Kristalle halt auf dem Rücken und die oh die haben mich getötet ok kommst du wieder? ja gut da liegt er jetzt oh ja so einfach ist es nicht ne ach das geht ja ich muss wieso habe ich nicht wiederbelebt kannst du das mal drehen da? warte ach da geht man auch schon kaputt dreh mal so ja oh was war das denn jetzt? ich bin tot leb leb lieber ok so achso was ich euch noch zeigen wollte da oben waren auch noch zwei Flaschen ich habe jetzt hier beim Zauberer verbessert dass man mit der Dieben ähm da anhängen kann anhängen oh achso ich dachte das wäre Erfahrung Magier da hast du noch so aus Erfahrung gedacht na wie geht's denn hier weiter? aus Erfahrung habe ich gedacht das wäre Erfahrung Magier und da war es doch keine Erfahrung fast nicht den Magier gekriegt den habe ich hier gekriegt ja ich habe es gemerkt war wahrscheinlich eine Millisekunde schneller oh das tut weh so zupf zupf oh oh jetzt ist der Magier tot aber ich habe alle wiederbelebt so jetzt brauchen wir den Magier gleich wieder wo bist du? ähm das war in der falsche Richtung Mist jetzt schaffe ich das nicht mehr denk dran Kompass ja du musst da weg sonst kann jetzt kann ich das nicht runter machen weil du da warst ja ist ja schon gut ja ich bin dreimal jetzt gestorben du hast es ja nicht schlimm dafür habe ich aber noch den Vorrang oh die Spinnen sind doof die machen oh wir sind da unten raus zum Mut allerdings habe ich auch noch eine Erfahrung aber hier kommt noch ein paar Palettenjaws oh den kriege ich nicht doch der ist tot oder? ja äh achso du hast schon den Magier hoch ne das klappt so nicht du kannst es aber auch rein theoretisch selber machen aber das klappt so nicht wenn ich jetzt den Magier nehme geht das auch oh guck mal das Geläch hält sich daran fest siehst du das? jetzt nicht mehr jetzt hält es runter oben lag da auch Erfahrung genau da oben da konnte man vielleicht auch rein nein ne du nicht da kann man auch durchschießen so wir gehen jetzt hier weiter vorne sind noch Skelette deswegen tue ich die erstmal ja aus sicherer Entfernung was ist da oben? da oben muss irgendwas sein kannst du mir erzählen was du willst das hatten wir glaube ich noch nicht gemacht oder? da war einer letztes Mal gut dann hast du die geholt und ich weiß nichts davon hab ich doch gesagt oh ich glaube das tut nicht weh wenn man jetzt da rüber läuft ich traue mich nicht mich zu bewegen oh na super hat das wieder geklappt und Checkpoint hier ist ein Checkpoint ich hab ein Checkpoint so machen wir es wie letztes Mal so stehen bleiben so haben wir so also hier ist er blind oh das geht aber schnell runter oh das ist ein böses Spinnen oh die tun weh ich bin tot wo geht es denn hier lang hier rechts ist es wahrscheinlich rechts Checkpoint das geht weiter nach unten oh hier links Erfahrung so hier rechts ist ein Hebel so hinten ging das Tor auf da 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 muss oder auch auch Die Gerüche werden mit jedem Schritt immer fauler. Wir müssen jetzt in der Nähe des Turms sein. Oh, ich bin weiter. Oh, du bist weiter, da haben wir noch Erfahrung. Unsere Helden brachen durch die Tore zum Turm des Bösen und betraten die Schmiede, in der die Untoten ihre Waffen und Rüstungen fertigten. Auf sie herabschauen, stand der Turm des Bösen hoch und bedrohlich. Dies war das Herz des Bösen. Mhm. Mhm. Hm, das ist nicht gut. Dieser Geruch erinnert mich an eine Waffenschmiede. Ha, ich habe die beste Waffe von allen. Na, super. Ja, spielen wir jetzt auch WoW nebenbei, sind wir hier ein Eisenschmiede. Tja. Wollst du zum Krieger oder so? Nee, jetzt so. Oh. Sie sehen wie kleiner aus. Oh, Glück gehabt. Ich wusste nicht, was war. Ich habe einfach passen gestanden. Guck, ich komme da bestimmt nicht drüber. Naja, wir sind ja eingewackt hier. Wie sollen wir da rüberkommen? Oben sind hoch. Feuerschlucker. Ich glaube, oben lang muss man da. Tja. Findest du einen Weg? Oh. Wir müssen oben lang. Oben ist auch ein Checkpoint. Na, dann hol mal ein Checkpoint als erstes. Aber hier kommt man nicht lang von dieser Seite oder was? Und das ist ja toll. Was müssen wir machen? Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Ich glaube, ich brauche den Zauberer. Hallo? Nein. Bist du schon fertig? Ich bin gerade am Basteln und versuche hier was hinzukriegen. Ne, das geht nicht. Das schmilzt weg. So, ich brauche jetzt erstmal hier. Wo ist ein Klotz? Ne, das geht auch nicht. Müssen wir vielleicht erst weiter. Ups. Wir müssen hier hochbestimmt irgendwo. Kannst du hier noch was geben? Diese doofen Kugel. Ja, jetzt bin ich gestorben. Ja, da geht's los. Ach, jetzt bin ich da gespawnt. Das ist ja auch toll. Wenn du dich umbringst, spawnst du auch hier. Schön. Ich glaube, es wäre gut, wenn du dich umbringst, weil hier oben sind ein bisschen viele Existenz. Es ist eigentlich nicht so schwer, da hochzukommen, gehe ich mal von aus. Ja, aber hier ist ein zues Tor. Also ein geschlossenes Tor. Da kommt gerade ein Fahrstuhl. Oh, ich bin jetzt viel weiter. Ich weiß nicht, ob du auch hierhin kommst, irgendwie. Ich versuch's gleich, ja. Weil ich bin jetzt schon etwas weiter, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das zu weit ist. Ah, du hast den Zauber. Na, super. Ich komme jetzt nicht hoch, oder was? Das ist auch ein neuer Checkpoint. Ich laufe erst mal weiter. Ich muss vielleicht einen leeren Weg laufen. Na, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hab ich's hochgeschafft. Und wo bist du? Das ist ein Tor, oder was? Ja. Wo bist du? Links vom Checkpoint oder rechts? Ich bin schon weiter rechts, aber du kannst dich wahrscheinlich umbringen, dann wirst du auch hier spawnen. Wo bist du denn jetzt? Ich seh dich. Ach, da oben rechts. Na, super. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß auch nicht, ob das richtig war. Aber es sieht ja so aus. Na, ich hab's geschafft. Bist du da drin, ne? Ja, ich hab hier noch so ein paar Skelette, die mir im Weg sind. Die waren mir aber auch im Weg. Ich höre dich aber schon. Ich laufe jetzt aber erstmal nicht weiter. Also kaum zu glauben, ey. So, ist das ne Klappe nur, ne? Oder ist das was anderes? Wo bist du denn jetzt? Oben irgendwo? Muss ich noch höher, oder was? Ich... Ich dachte, du bist noch weiter unten. Ja, ich bin unten weiter. Da ist nochmal rechts so ein schwingendes Ding. Ich seh hier aber auch nicht, wie es weitergehen könnte. Das ist das Problem. Ja, bring dich da einfach mal um. Ich hab mich auch umgebracht, und da war ich hier. Ach, das ist alles gut hier. Ach, hier ist auch ein Tor. Aber ich weiß nicht, wie ich das Tor aktivieren soll. Jetzt hab ich hier schon mal wieder ne grüne Portion geholt. Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist irgendwie links. Ich bin schon weiter rechts. Da unten ist auch noch was. Und hier musste man irgendwie was aufmachen können, oder was? Wie seh ich das? Aber ich weiß nicht, wie. Hm, komisch. Hast du ne Ahnung, wo bist du? Äh, weiß ich nicht. Hältst du grad den Stachel an, oder was? Ja? Hältst du grad diese stachelige Kugel an? Kann das sein? Nein. Weil die hat eben noch geschwungen. Macht sie jetzt nicht mehr. Ja. Ich probier mal gerade was. Ich brauch grad den Zauberer. Ja, hat nicht funktioniert. Nein. Jetzt bin ich ganz wieder runtergefallen. Jetzt kann ich wieder von vorne beginnen. Oder? Warum schwingt das Ding mit mal nicht mehr? Warum krieg ich das jetzt nicht weg? Hm, ich brauch den Zauberer nochmal. Ich hab jetzt was runtergeschmissen, aber... Jetzt muss ich da wieder erst hoch. So, ich hab jetzt hier ne Kiste. Oder was ist das? Ich denke, ich hab schon einen richtigen Weg hier gefunden. Ja, bei mir ist aber auch ne Kiste. Ne, das ist so ein Klotz, bei mir keine Kiste. So, ne, bei mir ist es ne Kiste-Kiste. Ah, es war richtig, was ich getan habe, dass ich das da reingeschmissen hab vom Zauberer. Das war nämlich ein Stück Weg, wo wir lang müssen. Ich glaube, da, wo du da oben bist, ne? Da sind wir aber nicht richtig, ne? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mach ich das Level gleich schon zu Ende. Ja, ich bin hier unten aber. Und ich geh mal davon aus, wir müssen hier lang. Ja, jetzt bin ich leider da oben. Irgendwo, wo du bist wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt bist du auch... Also ich glaub, wenn du jetzt hier bist, dann wird das wahrscheinlich der richtige Weg sein. Na, unten war auch ein Tor. Ich glaube, wir müssen aber unten weiter. Und wie soll ich da jetzt hinkommen? Weil da, wo ich gespawnt bin, ist ja ein Unding. Hallo? Ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt tot. Du bist ja auch grad woanders gespawnt, du warst ja schon woanders. Du warst weiter oben. Aber ich... weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Jetzt hängen wir hier fest. Na, ich weiß nicht, wo du bist und was du machen willst. Ich bin hier... Wir müssen links weiter, bin ich fest von überzeugt. Hier mitkommen. Ja, warte. Da sind schon mal noch Flash-Line, die kommen wir nicht ran, oder wie? Ach, da ist die Kiste. Hier ist ein Tor. Gut, dann müssen wir das wohl aufmachen, aber das geht unten, gehe ich mal von aus. Oder sind wir eine... Ja, hier kommen wir nicht lang, man muss links lang, äh, rechts lang. Und wo geht's hier lang? Ja, hier kommt man zu dem, wo ich... ...erst war. Ich verstehe das hier irgendwie nicht. Kann man diese Dinger jetzt hochklittern, oder nicht? So. Weil da oben links... Was ist oben links? Das ist Erfahrung, aber... Hier rechts neben war ich schon, super. Ja, ich war es, da war ich auch schon. Hier, warte, ich guck jetzt, ob... Schmeiß mal... So ein Ding müssen wir da hinten reinschmeißen, gehe ich davon aus... Ne, das... Ja, oder? Hier einen drauf. Mach mal, ob der da drauf geht, dass wir den hochkriegen. Ja, das geht. Dann müssen wir auch hoch, und dann müssen wir das Ding von oben irgendwie runterschmeißen, oder sowas wahrscheinlich. Jetzt kommt der Fahrstuhl aber nicht mehr runter, oder was? Ach, das ist ein etwas länger abweg. Ach so. Das Tor ist offen, oder was? Ne, wollte ich gerade sagen, das sah so aus, aber war es nicht. Ich weiß nicht, wie man da um die Erfahrung holen soll, aber... Hier geht's ja jetzt irgendwie gar nicht weiter gerade, oder? Doch. Man muss es nur irgendwie... ...sich da hochpacken. Ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Ich brauche den Bogenschützen. Ja, ich nicht mehr, ist klar. Ich bin auch gleich tot. Ja, dann wechsel doch schnell vorher. Ja. Hier, dieses Ding muss kaputt werden, oder was? Ne. Da kommen wir ja runter, ne? Ne, ich habe hier gerade... Das war eine Faust, die habe ich nach unten fallen lassen, aber es ist ja nichts passiert. Hier, die hier. Hier müssen wir was reinhauen, bestimmt. Da rechts, oder? Ist das ein Tor, oder? Warte mal, gib mir mal den Krieger, weil der hatte doch so eine Waffe noch. Ja. Die du nicht ausführen konntest. Ne. Ne, die Pötte sind nur gesprungen. Geht das hier vielleicht? Hier geht es bestimmt, mach mal hier kaputt, oder? Ne, das geht auch nicht. Hier, mach mal kaputt, das geht bestimmt kaputt, oder? Und da fällt es runter, okay. Ähm, ja. Schwierig. Aber hier habe ich ja festgestellt. Da oben ist auch noch irgendwas Grünes, oder? Achso, hier war Erfahrung, das weiß ich wieder. Ich komme noch nicht hoch. Hm. Ja, okay, aber das nützt alle nichts. Ne, ich komme jetzt zum Checkpoint zurück. Dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Gut. Kann man da oben hoch, oder nicht? Ne, da kommt man auch hoch. Da war ich ja eben schon mal. Ja, aber lass es erst mal gut sein, ne? Wo ist der Checkpoint? Ich weiß es nicht. Hier unten. Links. Und dann würde ich schon mal sagen, recht lässlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.